Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und ihr habt mich folgendes gefragt. Unfruchtbar durch zu enge Unterwäsche. Wenn eure Hoden den ganzen Tag und gerne auch nachts in knallengen Slips hängen, dann ist das in der Tat nicht so gut. Es ist aber auch nicht so schlimm, wie man immer hört. Es kann sein, dass sich durch die enge Unterwäsche ein, ja sagen wir, Hitzestau entwickelt und dieser Hitzestau, der ist dann ungünstig für die Spermienproduktion. Genau aus diesem Grund sind unsere Eier ja auch in einem Sack, damit sie sich da ein bisschen frei entfalten können. Dann können sie sich selber aussuchen, ob sie es kalt oder warm haben wollen. Und das ist euch sicher schon mal selbst aufgefallen, wenn ihr zum Beispiel in der warmen Badewanne liegt oder es ist draußen sehr warm oder ihr seid in der Sauna, keine Ahnung was, dann weitet sich alles aus. Der Sack wird größer, der wird ein bisschen länger, die Eier wollen vom Körper weg, die wollen es etwas kühler haben. Und wenn es kalt ist, also andersrum, ihr steht unter der kalten Dusche, draußen ist Arsch kalt, ihr geht ins Schwimmbad, ins kalte Wasser, dann zieht sich alles zusammen. Erstmal wird der Pimmel kleiner und zweitens ziehen sich die Hoden auch an den Körper ran, damit sie es ein bisschen wärmer haben, nutzen dann also die Körperwärme aus. So, und durch die Unterwäsche, durch die enge Unterwäsche, sind die Eier dann mehr oder weniger dazu gezwungen, ständig in der Wärme des Körpers zu sein. Und das könnte denen unter Umständen zu warm sein und dann kann es sein, dass sich das Negativ auf die Spermienbildung auswirkt. Wesentlich schlimmer ist aber die Auswirkung von Alkohol und vor allem von Zigaretten. Also Zigaretten zerstören die Spermien oder stören die Spermienproduktion wesentlich mehr. Außerdem stinkt euer Körper dann auch extrem nach Rauchen, das ist auch nicht sexy. Am besten beraten seid ihr also, wenn ihr euch etwas größere Unterwäsche kauft. Und dass ihr größere Unterwäsche braucht, merkt ihr vielleicht daran, wenn ihr die ganze Zeit durch eure Hosentasche immer eure Unterhose so zwischen Sack und Oberschenkel rausziehen müsst. Dann wisst ihr, okay, die Unterwäsche ist zu klein, ich kaufe mal größere oder lasse mir größere kaufen. Und nachts tragt ihr am besten nur eine weite, labberige Schlafanzughose, natürlich ohne Unterwäsche. Oder ihr pennt direkt nackt, in der Hoffnung, dass das dann kein Problem mit den feuchten Träumen gibt. Alles klar, ich hoffe alles ist beantwortet, like das Video, abonnier die Jungsfragen, bis denn!